Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Red Dead Redemption 2 und wir besuchen jetzt Dutch in Rhodes. Und ja, ich bin in Rhodes. Ich habe mich von Strawberry hierher mit der Postkutsche fahren lassen. Habe euch das allerdings erspart, weil so interessant ist das auch nicht. Wo ist denn der blöde Arsch? Ich habe es befürchtet. Aber wenigstens habe ich diesmal kein Fell, was man mir wieder klauen kann. So. Und das sieht nach Regen aus dem Spiel. Wundert euch nicht, ich habe... Ja, es regnet auch schon, glaube ich. Tröpft schon. Hä? Ist das bescheuert? Okay, das Wetter ist weird. Mal gucken. Ihr Kollege hat mein Fell geklaut. Sie sackt. Oh, es gibt keine Chance für mich, Herr. Leben kann sehr schwer sein. So kann es. Und kein Mann hat einen anderen etwas zu tun. Nein, Herr. Aber trotzdem, ich glaube, dass du schwer gemacht hast. Lass deine Arbeit so gut, aber trotzdem, hier in Rhodes, wir haben genug gearbeitet für ehrliches Mann. Ja, genau. Ich bin Hilfsheriff. Bist du bescheuert oder so? Wir haben, dass du moralisieren, in einem Ort wie dieser Ort bist. Oh, Herr Schäufer Gray, du bist zurück. Jetzt, hör mal, Herr. Es gibt eine Schreie in dem Wald, aber es ist ein Kost, in dieser Stadt. Es ist ein guter Name. Und der Stadt ein ganz viel Geld. Ihr Schäufer nicht interessiert, es wird es aus. Vielleicht werden wir dich permanent machen. Ich muss mich aufhören. Nein! Kann ich mich hinten reinsetzen und so tun, als wenn ich dich nicht kenne? Super Archibald. Was hab ich denn jetzt wieder verbrochen, dass ich mit Archibald drum Archibald muss? Mein Pferd kommt mit. Ich bin sicher, dass ich dich nicht mehr zu reminds, dass ich dich nicht mehr zu erzählen kann. Es ist wirklich ein paar Worte, dass du hier in der Kürze bist. Es ist ein DANGEROUS BISNESS. Es ist ein DANGEROUS BISNESS. Es ist Ich habe den Brust, ich habe ihn sehr gut gemacht rc zug du hast gesagt die eine familie und die andere familie die machen nach dem bániken bänken und haben in zur fest bitcoin Oh nein! Ich habe heute schon mal Moonshiners umgepuppelt, die puppt im Singleplayer. Ah, im Multiplayer meine ich. Wenn du das nicht mal weißt, ob es wahr ist, woher soll ich dann wissen, ob es wahr ist und wieso interessiert es mich dann überhaupt und warum sagen Dutch und Bill nix? Dutch und Bill, Dutch und Bill, außer, außer, außer. Mr. W? Achso, Williamson. Warum haben wir jetzt eigentlich alle einen Stern dran geditscht bekommen? Nee, der ist so klein, den sehe ich nicht. Kann ich sitzen bleiben und so tun was, wenn ich dich nicht kenne? Ich kann nicht sitzen bleiben und so tun was. If you're happy and you know it, clip your hands. Oh. Hey, look! Ich bin schon lang da. Iiiiiiii! Oh. So wie die aussehen, sind die nicht geriesent dient. Hey, come have a look at this. Nein, ich will nicht. Suit and tie. One bullet clean through the forehead. My money says this is the handiwork of a gang called the Lemoine Raiders. Ach, die. Let's see if we've got any identification. Hm. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Was bist du denn für ein feiger Pimmelüff? Ja, wir sollten de 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 und dann hauen wir jetzt einfach ab, weil ich bin ein kleiner Pimmelüff. Du bist der feigeste Typ, den ich jemals getroffen habe. Du bist ein Hilfsschiriff? Wow. Arthur. Oh. 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 Ich will mich ja nicht aufregen, aber ich habe die Lemoine Räuber schon angeschnibbelt. Umgeschnibbeln. Die machen mit denen rum? What the fuck? Mhm. Oh. Typ, ich will mich ja nicht beschweren. Aber ich beschwere mich jetzt. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Wieso, Lars, sagst du Leuten, die sollen nicht mit denen reden und so weiter und so fort? Und wenn die so scheiße sind, warum sind die dann nicht im Knast überhaupt? Oder Familie ist wahrscheinlich auch nicht besser. Ihr seid wahrscheinlich alle Banane. Ja. Ja, jetzt solltet ihr mal aufhören, untereinander zu heiraten. Und das Spiel für die Familie zu spielen, nämlich Inzest. You know what I mean? Das ist nicht gesund auf Dauer. So was wie Yippie-A-Yay, Schweinebacke, ich stehe auf meiner Schwester oder so. Alive? What is this? I don't have the time for alive. Deine Mutter ist auch alive. Ich will nicht auf Arschibalds Arsch gucken. Wer ist Nebel? Junge, blabbeln nicht so viel. Lass uns mal endlich was machen. Ehe Ohr. Ich weiß nicht. Links? Ich weiß nicht. Lass uns hier auf die Tür gehen. Lass uns die Degenerate Tachs Dodgers stoppieren. Lass uns die Degenerate Tachs Dodgers verhören. Die Gäste sind die Gäste. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er ist alles richtig. Wir haben jetzt hier gesagt. Wir brauchen sie, dass wir sie alive. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Wir tun uns einfach. Wir spielen sie. Und dann werden sie. Dann sie sie. Weitere. WIlliamson. Okay, Williamson, du alte Knuffel-Puffel-Puffel-Puffel-Puffel-Puffel-Puffel-Puffel-Puffel-Puffel. Ja? Ich weiß... Bist du eigentlich blöd, dass du durch das Wasser kraxelst? Ja, viel Spaß, Williamson. What is he doing? Was kann der denn jetzt? Bei meinem kommt jetzt gleich ein GroKo-Fund und beißt man mein Es. Kann ich ihm Williamson vorschicken? Bill... Bill! Bill! Ja, viel Spaß, Bill! Gute mal, Bill! Gern, was ich hier schon? Äh, wenn da Blut liegt! Bill! Oh nein! Sind das welche von... Das sind unsere Leute, oder? Bill! Oh nein! Ich hab hier einen GroKo-Funden gehört, glaub ich. Ich schlage den letzten Affen bewusst auf. Ach so, ihr habt schon rumgemöppt. Und ich bin jetzt wieder der Dummel-Bummel-Bimmel-Bummel-Bammel-Bämm, der da alleine hin datscheln darf. Ja, so. Wie soll ich denn da hinkommen? If you're happy and you know it, clap your hands. Ich sollte nicht... Immer wenn ich nervös werde, fäng ich an, so dumm zu singen. Ich weiß nicht, wie wenn ich die feine Art... Ist nicht unbedingt die feine Art. Oh! If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it. Schmeißen mit dem Krokodil ins Wasser. Das ging viel zu einfach. Ja. Ja. Feuerfreund. Meno, ich wollte ihn drüber schmeißen. Keine Ahnung. Ist das ne Fangfrage? Bring dynamierende Brennerei an. Ja. Ja. Ja! liegt, Liamoriginein... Was ist das? Excuse me. Warum denn jetzt wieder Finn the Peel? Oh nein, da sind ja noch mehr von den Leuchtturmwertern. Alles klar, ich komme die Weine an. Ja, hallo. Oh. 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 Look out, we got more coming up. Oh. 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 Das ist, weil du wieder eine Scheiße angefangen hast. So, ist jetzt mal gut, ihr blöden Klepper. Danke. Deswegen hab ich das Pferd weggeschaut. Da war nämlich Dynamit drauf. Das ist schon schön, dass die immer weg sind, aber das Ding ist halt, hier gibt's halt auch noch Loot. Na? Ich hab halt jetzt keinen Bock, hier mal wegzurenden und lass uns ganz gut hier. Okay. 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 Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah. Seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. Mm-hmm. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster. He used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white-trash-hill-billy-piece-of-scum. I know you, Billy Lime. You've always been a piece of crap. Come on, move! We have a life. On a land? So stupid. A backwater. So backwards, that even we are like geniuses. Ja, freu ich mich zu früh. Phil, get this stuff out of here! Come on. You ride with me. Nein, ich will nicht. Should I stash this somewhere near Cambo? Mein Pferd schwitzt. Yes. Show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. I was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen. These two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the young Dutch again. What do you mean? Young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Okay. You're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set. Go! Du p'scheißt! You never were much of a rider. We'll see about that. You never were. I mean, I didn't mean. I don't know where to put it, but it's not the reality. I don't know where to put it. I don't know where I was in there, but it's only way to put it away from this, Das war's für heute. Ja, dann geht's. Genau gegen den Zaun fährt. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Dass du gegen den Zaun fährst. Wie ist das, Chiboy? Mein Pferd schwitzt. Tja, dann benimm dich ja auch so und hol dich immer wegen dem Mimimi. Affe. Ja, ist ja gut. Ja, das ist toll. Schade, ohne Schaden zu nehmen. Landet 10. Ja, leck mich am Arsch. Immer diese Schwachsinn, bla 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 bla. Gut. Das war's dann aber mit dem Part für heute. Oh nein, M-O. Ist das Molly? Ja. Wer jetzt hier nochmal was von uns möchte, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben und einen netten Kombi würde ich mich wieder sehr freuen. Und wenn du noch kein Abonnent von meinem Channel bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Und vergesst dich das Glöckchen zu aktivieren, dass ihr immer wüsst, wenn ein neuer Part erscheint. Bis zum nächsten Mal sage ich wie immer. Ciao. Ciao.